Reflektion eines Gedichtes Wähle dir dein Gedicht aus Gedicht 1 von William Blake Die Welt als einen Sandkorn zu sehen Und den Himmel in einer Feldblume Hält die Unendlichkeit in der Fläche deiner Hand Und die Ewigkeit in einer Stunde Das zweite Gedicht ist von Inayat Khan Wenn ich meine Augen für die äußere Welt öffne Fühle ich mich wie ein Tropfen im See Aber wenn ich meine Augen schließe und nach innen schaue Dann sehe ich das gesamte Universum als einen Sprudel Erhoben im Ozean meines Herzens Das dritte Gedicht ist aus den Ischawasya Upanishaden Das ist voll und dies ist voll Vom Vollen ist das Volle genommen Ist das Volle gekommen Wenn du die Fülle vom Vollen nimmst Bleibt die Fülle stets bestehen Das vierte Gedicht ist aus dem Tausend Der Mensch hat eine reale Existenz Aber diese hat nichts zu tun mit Raum Er hat Dauer Aber diese Dauer hat nichts zu tun mit Anfang und Ende Aber diese Dauer hat nichts zu tun mit Anfang und Ende Das ist voll Dauer 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 Dauer